Hallo, ich bin Christian Seidemann und wir befinden uns hier auf der Intersolar 2015 auf dem Messestand von der Enzotec GmbH. Wir sind auf dem Gemeinschaftsstand von Bayern Innovativ und wir zeigen hier unser innovatives Speichersystem mit einer Batterielösung, die für stationäre Speicheranlagen am besten geeignet ist. Wir setzen auf die Maximierung des Eigenverbrauchs und dazu bedarf es einfach verschiedener Grundtechnologien, die wir definitiv bei uns in der Entwicklung haben, die wir selber entwickeln, die wir hier Ihnen auf der Intersolar zeigen und dem Kunden näher bringen. Wir nutzen eine Nikla-Eisen-Batterie. Die Nikla-Eisen-Batterie ist seit 1902 bekannt und im Einsatz und das ist die Batterie heute mit der höchsten Langlebigkeit. Wir haben mit dieser Langlebigkeit für den Kunden bis zu 30 Jahre Energieversorgung aus der eigenen Batterie und das noch kombiniert mit unserer Energielösung, kombiniert mit hochwertigster Wechselrichtertechnik von der Firma Studer, ist es einfach die optimale Eigenverbrauchslösung. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, wenn ihr dazu noch Interesse habt, kommt auf unsere Webseite www.enzotec.de und damit habt ihr die optimalen Informationsmöglichkeiten für weitere Fragen. Vielen Dank!